Crazy Nein Das war gut Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ultimate Chicken Horse Heute zusammen mit Zombie dem Chameleon und Maudado dem Schaf Hallo Guten Tag So, wir werden jetzt heute den Wasserfall ausprobieren Heute auch mal mitsprinten Das wird eine ganz neue Erfahrung sein Ja, mitsprinten, Maudado Oh ja, warte, warte Falls ihr nicht wisst, worum es bei diesem Spiel geht Guckt euch einfach Part 1 an Oder es ist selbsterklärend Wir müssen jetzt hier über die Schlucht und müssen ins Ziel Und schnappen uns dafür ein paar iTunes Hier unten fangen wir an und da oben müssen wir... Oh Gott Ich mach Ja, eigentlich, man muss gegeneinander spielen Das ist natürlich klar, aber wir wollen natürlich trotzdem ins Ziel Aber man muss ja auch selbst durchkommen Oh, abstellen in 5 Sekunden Ich hab's einfach abgestellt Okay, nur klettern wir über die Tür Ja, wir klettern über die Tür Ich wollte die Tür als... Ach ne ich werde jetzt schwimmen Okay Okay, warte jetzt, P-Dizzle Hä? Oh! Die Tür war auf Ja hier, gut geklampft Ja, wir haben gewonnen Keine Gewinne Alle haben gewonnen Alle wollen siegen, doch nur einer kann Gewinner sein Oh, wurde mir geklaut Ah ne, ich hab's Maudado gesnackt. Okay, warte mal, die Tür ist scheinbar eine Todesfalle. Okay, sehr gut. Ich mach hier so ein schönes Brett hin. Ich bin erst mal nett. Okay, ich pack das hier vorne hin. Sehr gut, okay. Dann können wir ja direkt losrennen. Ich hatte die Sting. Maudado und Zombie spielen übrigens als Spiel mit Gamepad. Pedissel ist Oldschool mit der Tastatur am Start. Fürst ist es unser erstes Mal. Das stimmt. Hallo, tschüss. Wieso falle ich denn? Zombie, der Kamil. Vor allen Dingen, ich dachte so, Konzentration, Konzentration. Da falle ich dann mit dem Kopf einfach gegen. Oh, was ist das denn? Jump'n'Runs sind nicht unbedingt meine Stärke. Aber es geht auch dabei nicht ums Gewinnen. Ich hatte diese Tür, deswegen mach ich das so. Und ich bin gemein, ich setze mein Stachelding dahin. Was kann das Stachelding? Dann mach ich das hier hin, weil ich euch lieb hab. Ein Töten wahrscheinlich, würde ich sagen. Oh Gott. Tötest du einen? Es tötet einen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist meine Chance. Oh. Zack. Zack. Ja. Der kommt da. Mit der Krawatte. Muss noch. Ja. Warte. Ah, jetzt tanzt er. Ich bin der Underdog, Leute. Oh. Das gibt dir einen Punktebonus. Das hab ich beim letzten Mal auch mitbekommen. Da gab es ja das Finale. Also die Folge war. Warte mal. Ich kann jetzt ein bisschen. Was ist denn hier? Ne, warte. Ich nehm das hier. Ich muss verhindern, dass ihr ins Ziel kommt. Stimmt. Warte mal. Ich könnte auch. Ah, das kann man nur so drehen. Warte mal. Ja, dann pack ich das hier vorne hin. Weißt du, ich baue da was hin und zwei Leute bauen da was drüber. Ich sehe schon. Oh, Alter. Sommel ist immer. Oh. Oh Gott. Wo bin ich denn hin? Oh nein. Oh Gott. Sommel, du musst ins Ziel kommen. Warte mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt. Ob ihr beide Punkte bekommt und Pedissel der. Fuck that. Erste. Oh, Falle. Comeback. Oh, jetzt ist Pedissel auf Position 3 abgerutscht. Jetzt muss ich natürlich gucken. Blume. Ja, dann gibt's. Okay. Macht die Blume was Böses oder ist sie denn? Ja, die haut dich. Oh, warte mal. Was? Stirbt man davon oder wird man nur geschubst? Nein, man wird nur geschubst. Nein, man stirbt davon, glaube ich auch. Ach so. So, ich habe jetzt einfach mal da vorne eine Tür hingebaut, weil das wird richtig mies. Wie soll man denn? Das fährt hier im Kreis, mein Stacheldraht. Wie gut ist das denn? Oh, nein! Wieso bin ich denn noch? Ach nein, der Lady ist schon wieder. Kann ich Maudato schlagen? Nein, 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 nein. Ihr seid... Erster. Ach man. Ich bin der Fallenkönig. Portal. Wer hat das jetzt genommen? Ich. Oh, ich weiß nicht, was das bringt. Nein, du hast die Bombe. Ach so, du hast das Portal. Wenn man ein zweites aufbaut, dann teleportiert es einen. Prinzipiell verkackt Pedissel immer hier. Und wenn es alleine ist, bringt es nichts. Deshalb geht das erstmal weg. Okay, weißt du, dann machen wir da einen Schwatzl. Ich glaube, wir kommen nicht mehr durch. Oh, oh. Hör. Ah, die Pflanze hat mich totgeschlagen. Ich bin einfach nur wie der hinterletzte Larry runtergefallen. Ich verstehe auch gar nicht, wie das passiert ist. Alter. Dabei habe ich so eine krasse... Oh. Mach hier ein bisschen Eis hin. Obwohl... Ich nehme die Bombe. Hockeymaschine. Wie dreht man Sachen? Das Portal... Das geht mir ein bisschen... Ähm, mit Q. Mit R und L. Diese Klingelzänge hier ist schon wieder. Peter? Peter, bist du da? Peter, es ist da, wartet! Oh nein, ihr müsst auf mich warten! Okay, wir bleiben stehen. Wir bleiben stehen, wir bleiben stehen. Wir bleiben für dich stehen, Paluten. Los! Ich dachte, Peter... Oh Gott, oh Gott! Oh, da wurde er direkt bestraft. Der wurde er noch weggeschoben. Und jetzt da rum. Oh, was ist das? Was habt ihr denn da gebaut? Ja, äh... Was? Ja, geil. Okay, jetzt ist meine Chance. Oh! Wie hast du denn? Oh, nee! Ich glaube, wir kommen da nie wieder durch. Doch, doch. Es gibt ja die Bomben. Stimmt. Ach man, ich muss meine Underdog Points... Okay... Was ist das? Dann nehme ich den Mülleimer. Ich muss mal gucken, dass wir das irgendwie... Ja, warte mal, das... Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber einfach mal... Das ein bisschen... Leichter macht. Fährt das jetzt... Oh, das fährt er aber trotzdem drauf. Was? Oh, da hat mich das Ding direkt zerfallen. Ist denn da so ein Puck? Ich bin am weitesten vorne tot. Hat der Puck uns beide getötet? Weil ich bin da auch dran gestorben. Nee, ich glaube, der hat... Der hat nochmal einen zweiten rausgeschossen. Oh, das ist die Atombombe. Ich nehme auch nochmal eine Bombe. Ich muss jetzt diesen blöden Puck-Typen da mal wegballern, ey. Damit kriege ich beide. Patz. Ich kann ja... Die Atombombe macht dir richtig viel weg. Oh, er hat die... Die ist... Crazy. Nein! Das war... Das war gut. Oh, dieses Ding. Okay, ich dachte... Oh geil, ich bin der Letzte, der noch lebt. Jetzt kriege ich's hin. Oh, noch drei... Oh nein. Was passiert dann? Okay. Keine hat gewonnen. Okay, ich nehme das Ding. Warte mal gucken. Also... Ich hau das mal raus. Ja, guck, ich mache hier extra so eine drehende Plattform hin. Oh, ich mache hier extra so eine drehende Plattform hin. Oh, ich mache in die Mitte einen Block. Ah, ja, warte. Nee, ich... Ich packe den da hin. Mach das doch... Nee, ich muss das... Ich muss eigentlich... Nee, ich packe das da hin. Weil... Ich fände das ja klasse, wenn ihr das schafft. Aber ich hoffe einfach da drauf. So. Ey. Oh, Maulado sprintet fort. Oh! Alter, okay, okay. Leute, ich hab's. Okay, jetzt... Irgendwie... Hallo. Irgendwie möchte ich dir jetzt gerne... Ich war mit dir verlooten. Oh. Hä? Jetzt vorsichtig. Nein, jetzt haben es alle geschafft. Nein! Dann kriege ich keine Punkte. Ja, Sieg! Ja. Dann kriegt keiner Punkte, weil es zu einfach war. Ja, genau. Zu einfach keine Punkte. Oh, man. Aber nur wenn alle gewinnen, oder was? Ja, genau. Wenn einer verkaiselt... Äh... Okay, warte mal. Geld. Da hole ich mir wieder die Puckmaschine. Ich mache Kaboom. Was bringt mir Geld? Ähm... Der, der das als erstes einsammelt und ins Ziel kommt, der kriegt ordentlich Money. So, gucken wir doch mal. Ich mach das hier hin. Ja, ja, mach doch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, warum? Diese blöde Puckmaschine. Geld! Ah, nee! Okay, okay, okay. Das Geld liegt doch da, Paluten. Nimm das Geld schnell! Ja! Nein! Maudadu, diese diebische Aids da! Okay. Aber das gibt Punkte! Das gibt Punkte! Und bitte gib mir Comeback-Punkte! Ziel? Oh, du machst ein Underdog! Comeback! Maudadu! Nur noch eine Falle, eine Falle gebraucht Maudadu. Hat er gewonnen. Okay. Jetzt muss Pidizzle... Oh, Portal! Oh, oh. Warte. Oh, das Portal... Toll, dieses... Da, komm, wie will man denn da hinkommen? Ja, wenn man da hinkommt, dann landet man... Da. Warte mal, wie krieg ich das jetzt nochmal? Vielleicht kann ich jemanden verlocken. Danke, Zombie! Mein Portal! Da! So, dann machen wir noch eine Tür hin. Ich hab einen Hydrant rübergestellt. Oh Gott, wer bin ich? Oh, ich bin tot. Oh Gott! Okay, okay, Pidizzle. Ganz ruhig. Oder hat er dort gewonnen? Nee, noch nicht. Nee, so, Pidizzle. So. Hä? Du hast was verlooten. Ja! Hehehehe! Iiiiih! Und da tanz da! Nein! Und da noch Zombie! Zweiter Platz! Ich bin das ultimative Schaf! Ja! Runde Nummer 2, Leute! Diesmal geht's ins mystische Ägypten. Also, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob da eine Pyramide... Gibt's eigentlich... Außerhalb von Ägypten gibt's keine Pyramiden. Außer bei den Mayas oder sowas, ne? Da braucht man eine Brücke. Ja! Ja! Ich glaub... Okay, Ziel da oben... Ich bin kein Historiker. Oh! Ich bin kein Historiker. Ja, man muss sich direkt klarstellen. Ja! Oh! Oh Gott! Oh Gott, was ist denn da los? Hilfe! Los! Oh! Böse Katze! Böse Katze! Aber keiner bekommt hier die Points, ey. Zu einfach. War ja auch zu... Geschwindigkeit trägt eigentlich nichts dazu bei, ne? Nee, man muss nur bedacht spielen. Eigentlich... Am wichtigsten ist es tatsächlich, das fällt mir jetzt auch erst ein, dass ich mir mal schneller Sachen grabbe, damit ich Fallenpunkte bekomme. Äh, wie dreh ich an der Maul... An der Tastatur? Okay, ja. Hab ich ja schon. Oh, warte mal. Hier kann man ja auch rein theoretisch. Okay. Gucken wir mal, das wäre hier. Na, das ist glaube ich zu eng. Zack. Okay, das kriegen wir hin. Okay. Oh, ne, ist gar nicht so eng. Ich hab gedacht, da stirbt man. Ah! Oh, oh, oh. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hab mich selber getötet. Ah! So, jetzt wäre es vielleicht ganz gut, Pidizel. Oh! Nicht in den Treibsand. Ja, 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 warte, warte, warte. So. Ich hab schon, feier dir geschafft das. Ja, warte, jetzt geht er. Und jetzt gehen die alle daran kaputt. Oh, wie der fliegt. Und reinhüpfen! Oh! Jawoll! Nice! Pidizel! Der größte Ulti mit Chicken Noob der Welt! Schafft es! Okay. Denn, wir haben eben gerade auch nochmal vielleicht eine kleine Runde gespielt. Und da sah es nicht ganz so gut aus. Überraschenderweise. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal. Ich muss ja hier... Oh! Das scheint Maudata nicht ganz so gut zu... Äh, nee. Zombie hat das nicht gefallen. Nee, nee. Ich fand dich nicht so cool, muss ich sagen. Oh, warte. Nee, 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 nee. Das will ich mir nicht kaputt. Ja, ich... Oh Gott, ich mach... Ja, ja, warte, 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 warte. Ja, okay, dann mach ich den da hin. Hä? Kommt man da überhaupt jetzt noch durch? Das bin ich auch da. Hier. Oh, was war denn das auch? Oh, du hast genau die Pfeile gevloggt. Du hast genau perfekt gesetzt. Oh, jetzt kriegen sie... Das wird die Aufholjagd. Hier, die kommen weg von uns. Es steht ein... Ein so'n komisches Ding steht da komplett alleine. Und ich denke... Ach, der erste kriegt man doch was. Oh, okay. Aber nicht viel. So, komm. Ganz ehrlich, dieses blöde Ding da oben. Ganz ehrlich, macht er so weg, wenn er so getötet. Ist komplett... Oh, ein Feuerhydrant. Wieso, weh, soll ich? Kommt das was? Nee, ich mach das da weg. Oh, Dodo hatte Angst vor der Rache von Zombies. Hä? Ist hier alles weg? Ja, hier hab ich alles gesprengt. Aua, gleich das Wasser. Ich guck euch einfach mal zu. Nein, nein, nein. Ja, komm, stirb Maudadon, stirb! Nee, ich sterb nicht. Ha, Troll, Gome. Ho, ho, ho. Das war aber gerade bei mir. Oh, jetzt, jetzt. Oh, Pedestil. Okay. Alles, alles ist gut. Alles ist im grünen Bereich. Das Wasser kommt da. So, jetzt lass ich mal nicht da wegschieben. Hast du das für ne Türpfeilkombination? Achso, ja. Ja, da kommt noch jeder siebzigste Pfeil, kommt da irgendwie an. Oh, wo bin ich denn? Blume! Okay, alles gut. So, dann haben wir hier den. Aber wie ist der denn ausgerichtet? Ich weiß gar nicht, was der genau macht. Ich lass das dabei. Der fliegt nach oben und oben. Ach, der fliegt, achso. Der fliegt da, wo die orange Linie ist entlang. Achso, jetzt, jetzt checke ich da. Warte mal, aber wie kann ich das hier machen? Ja, ja, chill doch mal. Ja, mach... Oh Gott, mach es erst so. War ne Panik-Reaktion. Paluten ist nicht so schnell. Oh, das ist praktisch. Oh, oh! Warte! Oh! Schnell Paluten, komm her! Ja, ich bin da! Ich dachte, die Pflanze hätte mir ne Backpfeife gehauen. Party, party! Party, party! Toll, ich hab die Tür. Warum nehm ich die Tür aus Paluten? Ich möchte das nicht... Oh! Was hab ich denn jetzt gemacht? Ne, ich hab die Tür. Okay, schau mal doch mal. So! Tür! Oh! Dann mach ich das irgendwie... Okay! Okay! Da oben geh ich nicht mehr lang! Ich geh da oben lang! Warte, warte! Ich will jetzt... Ah! Hilfe! Nein! Oh, warte, warte! Das ist mein großer Auftritt! Warte, das krieg ich hin! Warte! Der mächtige Paläten-LP! Der liegt los! Warte, warte, warte! Jetzt mach nicht so Druck! Jetzt mach nicht so Druck! Jetzt mach nicht so Druck! Ich komm da aber nicht hoch! Und ich hab mein Kabel rausgezogen! Mann, das war doch mein großer Auftritt! Ach, Mann, ey! Keine Gewinner! Blume! Okay! Blume! Okay! Oh Gott! Ah, dann kommt man da unten längs! Ja, ja! Okay! Interessant! Aber das werd ich nicht zulassen! Oh Gott! Wieso bist du immer so langsam verluten? Ich versuch, alle Möglichkeiten auszuspielen! Freunde, wartet doch auf mich! Ich bin doch hier hinten! Ah! Ein Pfeil! Ja, ja! Warte, warte, warte! Das ist meine Chance! Alle werden siegen, doch nur einer kann... Meine arme kleine Schafleiche! Ja, ich hab... Oh, ich hab... Ich hab... Ich hab... Glaub ich TNT geschnitten! Am Anfang werden wir alle was auswählen! Check ich das meistens gar nicht! So, warte mal, was haben mich getötet! Ich möchte gerne den Treibsand detonieren lassen! So, warte mal, wer... Wer könnte mir hier... So! Okay, jetzt wird's einfach! Holgers! Ah! 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 So! Warte! Wuh! Bitte, Pfeil! Okay, warte! Ich bin... Ich bin auch gleich da! Das ist denn da ein Blöde Puck! Woher kam der denn? Von ganz links! P-Dizzle! Da kommen sie! Und erster Unfalle! Ich dachte, er schießt nach... nach links oder so! Aber das macht ja auch gar keinen Sinn! Dieser blöde Puck! Ich schwöre dir! Du blöde... Du wirst mich nie wieder humiliaten! Oh, was ist denn da jetzt passiert? So! Mal, dass du wegkommst! Ach man, der war da so gut! Ich hab die Gefahr und ich komm sehen! Ach man, Modado! Sprengt einfach genau das, was ich hinsetze! Ja, ich hab gesagt... Das ist doof! So! Zack! Ui! Ui! Ja! Hi, Freunde! Ui! Guck mal, Modado, macht das uns zu einfach! Ja, ich... Ich fand das gut, dass wir leben! Ich will, dass wir leben! Guck mal, das ist einer der... Ich bin froh, live! Supports... Oh, jetzt... Was hab ich denn über... Au! Ui! Ui! Ich hab gedacht, ich mach einen Sprung und dann bin ich gestorben! Ja, P-Diesel! Ja, warte, warte, warte! Bring rüber! Okay! Ja! Ja! Okay! Gibt's vielleicht Comeback-Punkte? Ziel? Erster? Nix! Nix für dich! Okay! Naja, ich hab zumindest Modado! Das... Das sieht gut aus! Coins! Warum ich auch immer Coins gemacht habe! Ich hätte eine Falle hinsetzen sollen! Weil ich werd sowieso nicht als... Obwohl! Okay, P-Diesel! Du musst alles auf eine Karte setzen! Der Weg muss einfach sein, sodass du ihn hinbekommst, dass du da als erster sein kannst! Okay, da oben kommt der Coin hin! Oh, ich bin sogar auf der ersten Position! Hä? Ja, ich hab ihn! Okay, alles im grünen Bereich! Kann man da rüber? Nee, da kommst du nicht durch! Oh, kannst du... Aber vielleicht... Oh, da oben kommt er auch nicht mehr durch! Ja? Ja! Ich spiele Super Meat Boy! Ja! Boah! Aber warte, ich komm doch einfach hier! Warte jetzt! Ja, das hab ich auch gedacht, dass man da wahrscheinlich durchkommt! Ja, genau! Okay, Paluten! Dräng dich an! E3! E3! So, komm schon P-Diesel! Los, Planze, du schaffst das! Oh, was war denn der? Der Kleber! Ja, der Kleber! Warte, das hab ich ja noch nie! Den hatte ich ja noch nie, der Honig! On to the feet! Das gibt's auch nicht! Letzte Runde! Hab ich gut hingesetzt! Das hast du wirklich gut gemacht! Oh, ne! Oh! Scheiße, was hab ich wieder gedrückt? Okay, warte mal, dieser blöde Honig, Alter! Warte, dass du wegkommst! Oh, diesmal bin ich auf Position! Ich glaub, der dreht sich jetzt alles! Nein! Er hat den Coin! Wie bekommt man da jetzt noch durch? Oh Gott, das stimmt! Das war doch mein... Nein! Warte! Wer vorkommt, kriegt die Münze! Oh, verdammt! Maudado! Wie seid ihr denn da durchgekommen, da oben? Ich bin so drübergepft, wie du drüberpfen wolltest! Hallo! Oh, Maudado hat die Münze! Ich hab's geschafft! Hat Maudado jetzt gewonnen? Nee, nee, ich war doch Letzter! Achso! Obwohl, vielleicht weil ich Einziger bin, Megapunkte incoming! Und? Oh, Falle! Falle! Münze! Oh, hat er nicht ganz gereicht! Aber? Hä? Er ist das ultimative Schaf! Achso, war es die letzte Runde? Ja, das war, weil... Achso! Das waren noch drei Runden! So, meine Damen und Herren, das waren zwei kuriose Runden! Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht! Vergesst auf gar keinen Fall bei Zombeer und Maudado vorbeizuschauen! Und wenn ihr mehr Bock auf den Schlüssel habt, lasst ein Like da! Ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag! Haut rein! Ciao, ciao!